hallo und herzlich willkommen bei Dock & Will. Ich bin heute wieder nach dem Ticket und heute haben wir das Spiel für Apefac World Mobile. Wie gestern. Tschüss. Und los geht es. Hm, was machen wir hier? Gründen, Nelsha in der Nähe, Haupt-Quest, Führer-Quest, los, Atomatic. Nicht? Doch. Und hier habe ich auch noch eine Quest. Oh, nice. Dann geht es los. Ja, naja, okay. Was heißt es geht los? Ich muss ja immer nur kurz einmal drücken, dass der Charakter läuft und dann warten. Mat, 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 Mat. Da läuft da. In der Zeit kann ich ja mal die Aufladungen anschauen. Kaufhaus. Ja, dann. Die Angebote. Oh, da. Eine Truhe. Benutzen. Fortfahrt. Das wäre das hier mit. So, das geht alles. Ein Trigger. Oh, das war schon wieder. Was bevor hast du verloren? 50. 50. Case complimenten. Boguerp. Wir sind eine ehrliche Seele. Wir haben nichts verloren. Wir sind eine ehrliche Seele. Ich bin ein Amateur. Das wusste ich doch schon vorher. Oh, ich hab 20 selber beim Bock. Hm. Okay, und er portet sich wieder zurück zu dem Wasserelementaren für diese Quest, glaube ich, war das, ne? Nee, ich war jetzt gerade beim Wasserelementaren. Ich portet mich zu dieser einen Frau und das Mädel zurück. Und ich portet mich in die Stadt zurück und von dort aus fliege ich zu der Fee. Wie ist die? Mi? Ich hab's vergessen. Miranda? Mirella? Oh! Da, ist der da. Oder ein Elch ist das vielleicht? Ich weiß es nicht. Sie hat den Sitzzweig auf dem Kopf. Riesenfisch. Also sie. Ich nicht. Ich hab eigene Flügel. Ist doch viel besser. Gleich sind wir da. Ganz öfterweise. Was willst du mit den Rotluchsen machen? Ich fahre mit den. Krass, so ein Sekundenschlaf gehabt. Na gut? Na gut. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. ja genau finde den konfusen rothlox da ist er konfusen rothlox okay bist du auch hier um gegen sie zu kämpfen ja bitte bring mich nicht weg alles klar verstanden ok und weiter geht es gerade ein bisschen eingeschlafen habe ich ihn da noch bereits schön so jetzt ist er weit Oh, da ist ein schöner kleiner Boss. Entschuldigung, wenn ich immer ein bisschen warte, ich muss das mit den Fisten leiden. Immer wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme und mich hinsetze, dann entspannt sich mein Körper und das heißt schlafen. Ah. Ah! und schon wieder eingeschlafen, ach Mensch so ich mache jetzt noch die Nebenquest hier fertig, ich drehe deine Bill Geh dabei, mit 20 Feuerspieler zu 70 Bewerbung Spürst du nicht reich, ok Geh da, lass mich rein, geh da übertreten So, dann werde ich das Spiel mal beenden hier Ich bin jetzt Level 35 Ich war gerade in einer Dungeon drinnen Da war ja die eine Quest gewesen, Dungeon Habe ich die gemacht in der Dungeon habe ich Keine Ahnung, über 10 Levels gemacht Oder 10 Level Auf jeden Fall Ja, aber ich weiß noch nicht Die vier Rassen müssen sich zusammentun um diesen Stürmzug Ich weiß noch nicht Vier Rassen, Menschen, Flüte Elchen, Gehen und Noch ein Wagen. Okay. Wie ich besagt, ist es jetzt hier fertig. Spiel beenden und ein Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf den nächsten Film seid. Bis dann, wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Abholen. Okay. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020